Es steht wirklich, gleich ist 90. Minute, es ist einfach unglaublich, bei Saarbrücken gegen Gladbach 1-1. Ich sehe es schon kommen, Saarbrücken landet im Halbfinale gegen Kaiserslautern. Ich sehe es schon kommen und Kaiserslautern steckt ab, aber landet im Finale bei uns in Berlin. Das ist egal, anderes Thema. Ja, erstmal kurz zur Einordnung. Also ich bin quasi gestern losgeflogen um 19 Uhr, war dann um knapp 8 Uhr Ortszeit hier angekommen. Natürlich mit dem derbesten Jetlag, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Ich war, ihr wisst ja, dass ich so ein Nachtarbeiter quasi bin. Also voll oft nach dem Stream schneide ich ja dann noch, damit ich das gleich am nächsten Tag für euch als Stream-Highlight hochladen kann. Oder ich beantworte noch E-Mails oder mache was für meine Kunden. Also irgendwas mache ich immer noch so. Bin dann bis drei, häufig mal bis vier Uhr wach. Also ich bin ja eh schon in diesem Modus gewesen. Dann bin ich in die USA geflogen. Da waren zu dem Zeitpunkt sechs Stunden früher. Das heißt, das hat mich in meiner inneren Uhr auch noch bestätigt. Das ist ja das Schlimmste, was passieren konnte. Ja und dann habe ich jetzt auch noch durchgemacht, durch den Flug natürlich. Da kann ich immer nicht pennen. Und dann bin ich angekommen hier. Und es war natürlich wieder klar, der Koffer ist nicht da. Ich stehe da und ich denke mir schon so, der wird nicht kommen. Er wird nicht kommen. Und der kam auch nicht. Und ihr wisst ja, ich bin immer positiv. Ich sehe immer das Positive. Ha, ho, hey. Und ich lasse mich auch nicht unterkriegen. Der Urlaub hatte ja schon scheiße angefangen mit dieser ganzen Kreditkartengeschichte. Ich war wirklich am Verzweifeln da diesen ersten Tag. Aber haben wir alles hinbekommen. Wetter war nicht so gut. Haben wir alles hinbekommen. Dann bin ich zurück und dann ist der Koffer nicht da. Und da waren ja natürlich auch die Andenken alle drin. Das Nix-T-Shirt. Wir hatten uns ein paar Klamotten gekauft. Kleine Andenken halt so an diesen schönen Urlaub. Also die halt neben dem materialistischen Wert irgendwie dann auch so. Ich bin ja jetzt nicht so oft andauernd am Reisen. Das ist für mich dann was Besonderes. Gerade USA. Ja, und jetzt ist der Koffer nicht da. Dann gehe ich da zu dem Schalter. Dann sagt er, ja, also habe ich dem diesen Aufkleber gegeben. Dann sagt er, ja, also ich muss ihm sagen, ihr Koffer ist gar nicht im System. Da dachte ich, ja, super. Das ist ja eine tolle Nachricht. Sind Sie irgendwo umgestiegen? Nein. Das hat mich ja doppelt beunruhigt. Ganz herzlich. Dann müssen wir ja mal ehrlich sagen, wenn du umsteigst, passiert das ja andauernd. Aber gut, diesen Report ausgefüllt hier. Den PI-Report ausgefüllt und nach Hause gefahren. Dann noch im Stau gestanden. Ein Glück hat der Bruder von Nali, einer der Bruder von Nali uns abgeholt, netterweise. Dann waren wir irgendwann, 11 Uhr war ich hier. Dann habe ich noch den Vlog hochgeladen, den letzten. Und dann bin ich einfach eingepennt, im Sitzen. Ganz herzlich, dein Michael. So halb eingepennt und erst um 17 Uhr wieder aufgewacht. Ja, das erstmal dazu. Jetlag ist auf jeden Fall da. Koffer ist nicht da. Aber ich hoffe sehr, dass der noch kommen wird. Ja, wie gesagt, da sind ja jetzt auch ein paar immaterielle, also sind materielle Gegenstände, aber immateriellen Wert haben die jetzt natürlich für mich. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke für euer krasses Feedback zu den Vlogs. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Und es hat einfach mega Spaß gemacht, dann das alles nochmal zusammenzustellen. Weil du hast jedes Mal am Abend dir den Tag nochmal so Revue passieren lassen. Das war richtig cool. Und ich habe mir die Vlogs dann selber auch nochmal angeguckt. Weil das, klar muss man ja nicht veröffentlichen, aber das hat man ja früher auch so gemacht. Dass man so selber so Urlaubsvideos gemacht hat. Und ja, das war einfach schön. Und danke für euer Feedback. Es hat mich sehr gefreut, dass es euch so gefallen hat. Ich bin ja jetzt nicht so oft weg, aber wenn ich weg bin, gerade in so einer Stadt, kann man das vielleicht wiederholen. Das erstmal dazu. Und jetzt kommen wir zu den Themen. Saarbrücken macht es 2-1. Es ist wirklich unglaublich, oder? Es ist doch nicht zu glauben, Alter. Die kommen auch ins Finale, wenn es so weitergeht. Das ist wirklich unglaublich. Würde aber auch bedeuten, dass Kaiserslautern kein Heimspiel hat. Glaube ich. 93. Minute. Alter Schwede. Es ist wirklich, es ist nicht zu glauben. Wie kann das sein? Wahnsinn. Aber es sei ihnen auch gegönnt. Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du so durchziehst und so viele Bundesligisten rauskegelst. Bayern. Was haben die jetzt? Bayern? Frankfurt, Gladbach. Das ist wirklich unglaublich. Aber dann Respekt. Dann absoluten Respekt. Vor allem, wie viel Kohle das auch für die ist. Wir hatten ja, was hatten wir gesagt? Dreieinhalb Millionen oder so, wenn die jetzt nochmal weiterkommen. Oder noch mehr. Was das für so einen Drittligisten ausmacht. Weil die sind ja in der dritten Liga, wenn die jetzt in der dritten Liga irgendwie das Nonplusultra wären, sind sie ja gar nicht. Die sind ja irgendwo im Mittelfeld. Aber andersrum, Franz Eich, klar, es ist ärgerlich, weil wir gegen Saarbrücken gespielt hätten und dann ins Finale hätten kommen können. Aber wären wir denn gegen Saarbrücken weitergekommen? Oder wäre es dann noch bitterer, weil wir es gegen Saarbrücken verkackt hätten im Halbfinale? Das ist ja immer die Frage. Der Acker ist aber auch bodenlos. Ball bleibt einfach beim Pass stecken. Bits, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb. Auch schon ewig dabei. Mucki, Tom vom Flieger direkt in den Stream. Das ist eine Leidenschaft. Wollte mich bedanken für die tollen Vlogs aus New York. Toll, wie du deine Eindrücke geteilt hast. Meine Schwester und ich wollen unbedingt mal nach New York. Sie hat sich auch deine Vlogs angesehen, weil ich so geschwärmt habe. Vielen Dank dafür. Und schön, dass du wieder da bist. Also vielen, vielen Dank für dieses tolle Feedback. Jetzt sollte ich Reise, nicht Reiseführer, sondern hier so Promoter für New York werden. Aber das ist ja auch einfach in New York, muss man sagen. Aber es ist halt wirklich atemberaubend. Und ich habe jetzt schon übelstes Fernweh. Ich bin ja sowieso so ein großer USA-Fan, obwohl ich das feinste Lothar Matthäus Englisch spreche. Aber ich bin ein sehr, sehr großer USA-Fan. Ich liebe die Mentalität von den Leuten da. Es ist wirklich, also ich kann mich, ich war das letzte Mal vor zehn Jahren in den USA. War ja auch nur zweimal vorher da auf der Westküste mit so einem Roadtrip mit meiner Mutter und Freunden. Also es ist so geisteskrank teuer. Es hat mich ja viele vorher gewarnt, aber ich war wirklich überrascht, wie teuer das ist. Ja, da muss man auf jeden Fall clever sein und ordentlich Kohle. Also man muss damit rechnen, dass es wirklich ein sehr, sehr teurer Urlaub wird. Saarbrücken ist weiter. Es ist unglaublich. Oder geht der unterlegene Finalist da nicht mehr rein, sondern einer mehr aus der Liga? Ne, Europapokal nicht. Das haben die ja abgeändert. Früher war es ja so, dass wenn jetzt quasi eine Mannschaft den Pokal holt, die schon international vertreten ist nächstes Jahr und der zweite eben nicht, dann ist der in den Europapokal gekommen. Das ist ja nicht mehr so. Wenn jetzt Leverkusen beispielsweise den Pokal holt und die werden ja safe in der Champions League sein, dann gibt es einen Platz mehr für die Euroleague in der Liga. Das haben die ja mal abgeändert. Leider, das war eigentlich ganz lustig. So war ja auch mal Alemannia Aachen in der Europa League. Genau, der Platz wird frei für die Liga, richtig. Die haben, da haben die letztens das Spiel wegen Regenflut abgesagt und heute schüttet es wieder aus Kübeln. Ja, jetzt konnten sie es wahrscheinlich nicht nochmal absagen. Ganz herzlich dein Michael P. Spielpunkt. Tom, could I please switch to English? Of course, man, buddy. Ja, natürlich, gar kein Problem mit meinem feinsten Schulenglisch. Da haben sich einige drüber lustig gemacht. Das fand ich sehr respektlos. Aber ich konnte mich verständigen und es wurde Tag für Tag besser, weil so wie das in New York halt ist, oder nicht nur in New York, ist ja eigentlich generell in den USA, du kommst jeden Tag, ob du willst oder nicht, wenn du ein bisschen offen bist mit Leuten ins Gespräch und umso mehr du Englisch redest, desto einfacher geht es dir von der Zunge. Roger, danke für dein Prime-Abo, 13 Monate am Start. Hoffe Masa, bleib dich auch. Mike, danke für 300 Bits. Sehr großzügig. Darauf, dass du wieder da bist. Die Tatsache, dass einer aus Saarbrücken und Kaiserslautern im Finale ist, macht mich wahnsinnig. Das war unser Slot. Ja. Perfect, much appreciated. Das heißt, glaube ich, ich sei der geilste Streamer der Welt. So, kommen wir doch mal zum Thema. Hört auf jetzt mit diesem Pokal. Ja klar, es ist heute nochmal in unserem Kopf. Ganz herzlich. Wir müssen ja auch mal sagen, eigentlich wäre auch der Aufstieg, also ich weiß nicht, ob der nochmal so viel einfacher wird, punktemäßig. Es ist ja auch immer einfacher gesagt als getan, weil man kann jetzt sagen, es ist punktemäßig einfach, aber die Liga ist ja auch extrem qualitativ hochwertig und ausgeglichen. Und dadurch ist natürlich einfacher gesagt, aber ich glaube, es wird nicht mehr so viele Saisons geben, wo so wenig Punkte reichen könnten. Also, wenn man sich das jetzt schon wieder anschaut, wie oft wir schon dachten, das ist die letzte Chance und jetzt ist es ja trotzdem nur sieben Punkte, weil alle wieder gepatzt haben. Und das Gefühl hatte man im Pokal irgendwie auch. Also schade, dass man nicht dieses Jahr irgendwie, auch wenn es jetzt ein Umbruchjahr ist, aber schade, dass man nicht in diesem Jahr zufälligerweise irgendwie so einen Lauf hatte oder so einen Lauf entwickeln konnte. Weil du hättest wirklich ins Pokalfinale kommen können. Also viel einfacher wird es hier nicht mehr gemacht, so von den Eckpfeilern her, plus eben auch aufsteigen. Das ist, glaube ich, wirklich so. Welcome back, you're a great dude. I'm a horny pick, würde ich wohl eher sagen. Bundesliga war dieses Jahr auch relativ einfach. Für Champions League, meinst du? Moin Tom, die Rolle von Bradley Ibrahim bei Hertha muss mir mal einer fristet bei den Bubis mit jeder Spielminute mehr frustet. Ich habe das jetzt nicht gesehen, das Spiel, das letzte von unserer U23, das war ja gegen Greifswald, die sind ja auch Erster. Ich habe nur die Highlights gesehen, aber ich habe auch das Gefühl, dass ihn das nicht wirklich weiterbringt. Aber wir haben natürlich auch, das muss man dazu sagen, derzeit ein extremes Luxusproblem, wenn alle fit sind. Es ist auch schwierig, da einen Kaderplatz zu finden. Du könntest jetzt, ja, wie könntest du rausholen? Du könntest Buralakis rausnehmen, du könntest Barkok rausnehmen aus dem Kader, du könntest, Clemens kannst du ja nicht rausnehmen, Dudziak eigentlich auch nicht. Also da sind halt viele Plätze schon vergeben, wenn alle fit sind. Dass Dudziak nicht gespielt hat, hat mich sehr verwundert. Ich finde, wir müssen uns jetzt auch langsam mal Gedanken darüber machen, wie das jetzt weitergeht mit Barkok. Weil es sind nicht mehr so viele Spiele und dann greift er die Kaufflicht. Und ich weiß nicht, ob wir derzeit wirklich davon Gebrauch machen wollen. Vor allem, wenn Dudziak sich aufdrängt, der gegen Kiel nach seiner Einwechslung auch wieder ein tolles Spiel gemacht hat und mit dem wir auch verlängert haben. Dann sollte man vielleicht umso mehr sich die Frage stellen, ob wir Barkok weiter aufstellen wollen. Lars Hau, hey, danke für das Stufe 1, Abo, 22 Monate am Start, welcome back, Tom. Toll, dass du uns mitgenommen hast, die Videos aus New York waren klasse and welcome back, danke dir, mein Lieber. Pokal vergeigt, Aufstieg versaut, Dardai sollte nach Gelsenkirchen entlassen werden, kann ja in die U23 als Retter gehen. Dann verpackt man das auch noch nicht. Glaube ich nicht, dass es passiert. Also ich glaube, dass er auf jeden Fall die Saison zu Ende machen wird und dann wird es eine Analyse geben, ob er dann bleibt. Bin ich mir mittlerweile auch nicht mehr so sicher, ob das auch härter intern so positiv gesehen wird, auch wenn es nach außen natürlich nicht kommuniziert wird. Aber bin ich mir langsam nicht mehr so sicher. Ich selber bin mir sowieso nicht so sicher, habe ich ja schon oft gesagt. Aber ja. Der trainiert bei den Profis und nicht zum Einsatz von den Profis. Ganz herzlich dein Michael. Wie gesagt, der Spieltagskader ist halt begrenzt. Du kannst halt nicht jeden einfach einsetzen. Wie findest du denn nun die Mac & Cheese? Hatten die Geschmack? Die waren echt lecker, muss ich sagen. Die waren richtig gut. Ganz herzlich dein Michael. Viel, viel besser als die, die ich hier in Berlin am Kotti gegessen habe. Waren richtig lecker. Auch richtig fettig. Klaas, danke für dein Prime. 27 Monate am Start. Und Bensi ist auch schon 28 Monate am Start. Danke, Edelmänner. Ich verstehe auch schon wieder nicht, wie lange Pal braucht, um zu begreifen, dass Barco kein Sechser ist. Ja, er hat jetzt wirklich viele Chancen bekommen. So ein Spieler braucht natürlich auch Spielzeit, aber er ist, das ist nicht die Position, die, wo er seine guten Zeiten hatte, sage ich mal, im Profibereich. Ganz herzlich dein Michael. Und Barco hat ja jetzt viele schwierige Zeiten hinter sich, sowohl bei Frankfurt als auch bei Mainz. Glaube nicht, dass Pal über dem Sommer hinaus bleibt, glaube ich eigentlich auch nicht. Also ich glaube, das wird man sich schon ganz genau anschauen. Und wie gesagt, dann ist halt die Frage, aus Benni Webers Sicht muss man sich das ja vorstellen. Benni Weber sagt dann, ja gut, ist mit dem Kader nicht mehr drin. Habe ich den nicht super zusammengestellt? Dauert das so lange oder wie geht das jetzt weiter? Aber lasst uns doch erstmal zu, bevor wir jetzt hier wieder so eine Themen aufmachen, lasst uns doch erstmal zu den Sachen kommen, die uns unter den Nägeln brennen. Also erstmal zu Benzedadei. Wie gesagt, ich habe ja ein Video dazu gemacht. Ich kann diese Entscheidung ausschließlich wirtschaftlich und dahingehend nachvollziehen, dass er in der ersten Liga sein will. Ausgerechnet Wolfsburg kann ich sonst nicht nachvollziehen, außer vielleicht dieser Standortfaktor, dass es nicht weit weg ist von Berlin. Ich finde, bei Wolfsburg haben wir, also findet ihr, Wolfsburg ist ein Klub, der dafür bekannt ist, viele Talente zu integrieren? Ich weiß jetzt nicht, was die dem erzählt haben oder was der zukünftige Weg ist. Man weiß sowieso nicht, wohin geht es überhaupt bei Wolfsburg. Ich finde, Wolfsburg hat auch keinen Spirit, die haben keinen guten Spielstil, die performen richtig unter dafür, was sie für individuelle Qualität haben, sind keine Einheit, wechseln andauernd die Formation oder besser gesagt die Besetzung, werden definitiv, also kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, man weiß nie, es ist ja eng da. Also vielleicht würde noch Conference League gehen, aber ich glaube nicht, dass Wolfsburg nächstes Jahr international spielt. Ganz herzlich dein Zielpunkt. Da frage ich mich wirklich so, was ist der Anreiz nach Wolfsburg zu wechseln, außer halt monetär? Und ich muss noch dazu sagen, ich bin ein großer Fan von Benze Dardai und mich stört es sehr, dass er uns vor allem ablösefrei verlässt, weil er hätte ja, ich glaube, wir sind ja schon lange dran, ihn zu verlängern. Seit einem Jahr reden wir ja schon darüber und ich glaube auch, die Verantwortlichen sind da schon seit einem Jahr dran, ihn zu verlängern. Er hätte ja auch verlängern können und wäre dann für Geld gewechselt. Ich meine, die ganze Familie ist hier, er weiß, wie es um uns wirtschaftlich steht, eine gewisse Ablöse hätten die Clubs sicherlich auch für ihn bezahlt. Und das hätte uns schon gut getan, wenn er dann vielleicht letztes Jahr verlängert hätte und jetzt gegangen wäre. Klar, er persönlich kriegt jetzt Handgeld, das ist natürlich auch nochmal, wenn man für ihn persönlich spricht, interessant. Und ihr wisst ja, ich bin nicht, dieser Mensch habe ich auch bei Herrn Gangkamp nicht gemacht oder bei Jessic. Ich bin nicht der, der sagt, ey, das sind alles Söldner, die sind hier Jugendspieler, wie können die gehen? Ich kann es verstehen, wir sind Zweite Liga, das ist Bundesliga. Der verdient wahrscheinlich das Sechs-, Sieben-, Achtfache von dem, was er bei uns verdient. Und vielleicht klappt es ja auch. Es ist alles für mich nachvollziehbar, aber trotzdem finde ich es schade. Und ich muss bei ihm sagen, er hat ja jetzt erst acht Profispiele gemacht. Ich weiß nicht mal, ob es sportlich gesehen für ihn der richtige Schritt ist. Ich sehe Wolfsburg nicht als Mannschaft, die Talente integriert. Wenn er da nicht performt, dann wird im Winter wieder einer für acht Millionen a la Max Kruse oder Behrens gekauft, der sofort helfen soll. Also ich sehe nicht, dass das ein Klub ist, wo bei Stuttgart, wenn wir gleich zu Ibo Maser kommen, da verstehe ich es sogar noch mehr, auch aus der sportlichen Sicht. Bei Wolfsburg verstehe ich es wirklich nur aus der monetären Sicht, dass man abgesichert sein will oder in der Bundesliga sein will oder dass einen die Gespräche vielleicht überzeugt haben, dass Niko Kovac auf ihn setzt. Aber da ist ja auch die Frage, ist Niko Kovac nächstes Jahr da überhaupt noch Trainer? Für wen könnte er denn da spielen? Er ist ja schon ein typischer Zehner. Ja, also dann für Thiago Tomas oder, also Lovro Maier wird er sich nicht durchsetzen, glaube ich nicht. Ab und an spielt auch mal Swanberg weiter vorne. Für wen soll er da spielen? Also, oder die leihen ihn gleich wieder irgendwo hin aus. Bitter für uns ist halt einfach wirklich, dass wir nicht mal eine Ablöse bekommen. Irgendwie eine geringe Ausbildungsentschädigung werden wir ja kriegen. Dieser, wie heißt der nochmal, dieser Solidaritätsbetrag oder so für die Ausbildungsjahre. Aber ich glaube auch, Lukados, dass Kovac dieses Jahr eigentlich nicht überleben kann mit dem, was er da leistet. Kann ich mir eigentlich, mich wundert, dass er überhaupt noch Trainer da ist. Vielleicht hat er, wissen die ja auch schon, wer der neue Trainer ist und die haben mit dem schon gesprochen. Smatterfly, danke für dein Prime-Abo. Acht Monate am Start, hau hier, du geiles Auge, hau hier zurück. Und Nils, der Brutzler, danke für dein Prime-Abo, zwei Monate am Start. Willkommen zurück, willkommen zurück. Ohne Ablöse gehen zu wollen, sagt alles. Ja, ich meine, komm mal, nochmal, ja. Ich verstehe, jeder will für sich persönlich selber das Beste rausholen. Du willst ein möglichst hohes Handgeld, ist ja auch alles in Ordnung. Keiner zwingt dich ja auch zu verlängern, aber man sieht es ja an einem Fabi Rehse, der wird ja vielleicht auch weg sein dann irgendwann. Aber der hat sich halt einen Vertrag gemacht, wo Hertha davon zumindest finanziell nochmal profitiert. Und der ist auch erst seit einem dreiviertel Jahr da. Also zumindest das hätte ich mir gewünscht. Und nochmal, sportlich, ich halte sehr viel von Benzde. Aber ich weiß gar nicht, ob es für ihn selber genau der richtige Schritt ist. Ob der nicht erstmal wirklich irgendwo, zum Beispiel bei uns in der zweiten Liga Stammspieler werden sollte. Vielleicht, es ist jetzt alles nur Spekulation, Stammtischrunde. Vielleicht ist es ja sogar so, dass man schon weiß, dass Paul Dardai nicht Trainer bleibt und er dann nicht so die Chancen sieht, um die Überleitung mal zu finden. Oder es ist vielleicht so, dass er unter Paul Dardai nicht spielen will. Das hat dann einer in die Kommentare geschrieben. Auch das ist ja ein Gedankensatz. Vielleicht hat er auch keinen Bock immer zu hören. Der spielt ja nur, weil sein Vater Trainer ist. Vielleicht hat er auch darauf keinen Bock. Vielleicht hat er auch keinen Spaß da dran, mal mit seinem Vater zu trainieren. Auch das soll es ja geben. Habe ich auch schon mal erlebt. Zwar nicht im Profibereich, aber habe ich auch schon mal erlebt. So wie wenn Kinder nicht ihren Lehrer als Vater haben wollen oder Mutter. Dosenbier, danke für ein Jahr Prime-Abo. Vielen, vielen Dank. Das zweite Jahr dann zu unserem Halbführende Einzug nächstes Jahr. Das hoffe ich doch. Vielleicht aber auch. Und das ist die schönste Nachricht des Tages. Ganz herzlich, dein Michel. Ja, zugegeben, sie kommt von Florian Plettenberg. Da bin ich mir jetzt halt nicht so sicher. Aber ist ja auch nicht so, dass der nur Fake News spreadet. Pletti hat gepostet, heute, nachdem ich das Video gemacht habe, heute Abend, folgendes. Und zwar, boah Alter, wie viel postet der? An der Meldung, dass Ibrahim Maser von Hertha BSC zum VfB Stuttgart wechseln wird, ist aktuell nichts dran. Ausrufezeichen. In Berlin rechnet man zudem mit seinem Verbleib. Vielleicht ist ja auch das ein Grund, warum Benz sich ihm will, wenn man sich das mal so überlegt. Er weiß, als Beispiel, das ist auch wieder nur Spekulation, er weiß, Ibo bleibt, er weiß, Polko bleibt. Wir haben einen Zehner, kann er sich wahrscheinlich nicht durchsetzen. Wenn er dann ein Angebot hat vom Wolfsburg, warum nicht? Andersrum, es ist ja bestätigt, dass es Gespräche zwischen Ibo Masers Papa und den Beratern und Stuttgart gab. Ja, also, das jetzt auszuschließen, weiß ich nicht. Wir haben ihn unter Vertrag. Wir haben ihn unter Vertrag. Also, einfach so gehen darf er nicht. Da ist wenigstens der Vorteil, dass wir eine Ablöse kriegen. Aber die wäre wahrscheinlich verschwindend gering im Verhältnis zu dem, was man eigentlich für so einen Spieler bekommen müsste, von diesem Format, von diesem Talent, was Ibo Maser mitbringt. Traumszenario, sage ich euch ganz ehrlich, Ibo Maser verlängern bis 28, ihm jetzt ein anständiges Gehalt geben, wie es ein Zweitligaspieler hat. Nicht ein Jugendspieler, sondern ein Zweitligaspieler, ein anständiges Gehalt. Verlängern bis 2028, meinetwegen eine Ausstiegslausel reinmachen, die dann aber im zweistelligen Millionenbereich liegt, so wie bei Ue Draogo oder so. Ganz herzlich dein Michael-Spielpunkt. Und ich finde, das zeigt auch nochmal, Maser muss man verlängern, sonst wird er gehen. Ja, vielleicht wollen die da auch ein bisschen was rausholen, wenn der wirklich noch ein Jugendgehalt hat. Dann sollen wir uns jetzt drum bemühen. Man muss ja auch aufpassen, dass da nicht so eine Dynamik entsteht. Stellt euch mal vor, Benze und Ibo gehen und dann auf einmal, es wird 100% Angebote im Sommer oder jetzt schon geben für Pascal Clemens, der ja auch nur noch bis 26 Vertrag hat. Ich stehe mal vor, der sagt dann, boah, die beiden gehen, weiß ich jetzt nicht, läuft irgendwie nicht so gut, vielleicht nehme ich das Angebot doch lieber an. Bei Clemens, den schätze ich irgendwie so ein, dass er sagt, nö, ein Jahr mache ich hier noch. Ich spiele hier, ich will hier weiterspielen, je nachdem auch wie die Trainersituation ist, aber ich will mich hier weiterentwickeln. Den schätze ich so ein. Ich glaube nicht, dass da einer ist, der sagt, ich muss jetzt sofort da oben sein. Ich glaube, der geht ganz bedacht ran. Aber wenn da so eine Dynamik entsteht, ist das natürlich schon gefährlich. Trotzdem, wir haben ja auch noch etliche Talente. Man braucht jetzt auch nicht so tun, als ob wir hier vorne im Scherbenhaufen stehen. Wir haben noch etliche Talente, die ja noch nachkommen. Das Wichtige wird einfach nur sein, wir müssen ja auch an unsere finanzielle Situation denken. Das sind ja alles Rohdiamanten, das sind ja alles Spieler, die müssen uns gesunden. Guckt doch mal an Frankfurt, wie die aus diesem Jahr, wo sie Relegation hatten, wie die sich hochgewirtschaftet haben durch Spielerverkäufe. Bei denen waren es Spieler, die sie geholt haben, die sie ja weiterentwickelt haben, aber bei uns könnten das unsere eigenen Spieler sein. Das Problem ist nur, als Beispiel jetzt, wenn wir jetzt noch ein Jahr mit Ibo Maser zweite Liga spielen, wir steigen wieder nicht auf, da gibt es keine Ausstiegsklausel und der hat dann noch ein Jahr Vertrag, dann geht der nächstes Jahr für drei, vier, fünf Millionen, weil er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Wenn wir aber in der ersten Liga wären und mit ihm verlängern könnten, dann würden wir wahrscheinlich 25 kriegen, weil er 19 Jahre alt ist und ein unfassbares Potenzial schon mitbringt. Und das ist das Problem und genauso sehe ich das bei einem Clemens oder jetzt auch bei einem Benzedaday. Wir müssen schnellstmöglich aufsteigen, zum einen wegen der Finanzen. Das wird nächstes Jahr nicht einfacher, wenn uns die ganzen Erlöse von Spielertransfers fehlen und noch weniger TV-Einnahmen, aber auch um unsere Rohdiamanten, die werden ja irgendwann gehen. Spieler, die Top, Top, Top-Talente sind, die werden irgendwann gehen. Das muss ja auch das Ziel sein. Bloß, dann sind wir halt wie Nürnberg und müssen so eine Spieler, wobei die ja für Can Uso schon einiges kriegen werden, aber dann musst du die halt billig abgeben und das darf uns halt nicht passieren. Also das ist für mich der nächste Grund, warum wir unbedingt in die Bundesliga müssen. Außerdem, wer sagt denn, dass die Spieler dann überhaupt gehen wollen? Vielleicht sagen ja dann die Spieler auch, hä, wieso, ob ich jetzt, soll ich jetzt nur wegen dem Geld wechseln? Ich kann hier bei Hertha bleiben, ich spiele hier Bundesliga und hier spiele ich, hier bin ich der Star, wieso soll ich gehen? Aber in der zweiten Liga hast du halt, womit willst du denn dann überzeugen? Außer natürlich mit dem Verein an sich. Das ist deren einzige Karriere, die die haben. Du kannst sie nicht mit Geld überzeugen, du kannst sie nicht mit der Liga überzeugen, kannst sie höchstens mit Spielzeit überzeugen. Aber wenn das richtige Top-Talente sind, dann kriegen die Spielzeiten auch woanders. Und bei Ibo Maser sehe ich es auch anders als bei Benze, weil Stuttgart halt einfach, jetzt hat Hoeneß ja noch verlängert, Sebastian Hoeneß, die haben einen langfristigen Plan, die entwickeln eine Spielkultur. Ich glaube, als Spieler willst du in diesem Spielsystem spielen. Mittelstädte ist jetzt gerade Nationalspieler geworden. Du wirst als Spieler in diesem System individuell besser, du wächst als Mannschaft, du spielst nach vorne, du spielst attraktiven Fußball, du spielst Champions League wahrscheinlich. Das sind ja alles Argumente, das kann ich ja noch nachvollziehen. Wolfsburg ist für mich, wie gesagt, außer Geld nichts, was mich da reizen würde. Hoffentlich ist der Grund, dass gesagt wurde, Maser ist sicher vor ihm gesetzt nächste Saison. Ja, das wäre noch das Optimum an dem Benze-Dardai-Wechsel, dass er jetzt geht, weil er weiß, Ibo Maser ist gesetzt. Wolfsburg hat auch aus Augsburg dieses Sturmtalent gekauft, was nur 23 Minuten gespielt hat in der aktuellen Saison. Wie heißt der? Pecinovic oder so. Das meine ich ja. Bei Wolfsburg, du weißt doch, wie es ist. Du performst drei Spiele nicht. Im Winter wird ein neuer gekauft. Da wird doch nicht ewig auf die Entwicklung gegangen. Dafür ist einfach viel zu viel Geld da. Tommy Tomczek, schön, dass du wieder da bist. Wenn ich Saarbrücken sehe, blutet mir das Herz. Geht mir genauso. Erstaunlich, wie der sich gegen Greifswald reingeknallt hat. Der hat ohne Rücksicht gespielt, selbst Theo hat... Wen meinst du jetzt? Bradley Ibrahim? Man schreibt, das Spiel gegen Kaiserslautern im Pokal hat meiner Meinung nach zu Paldada irreparabel beschädigt. Ich denke nicht, dass ich jemals darüber hinwegkommen werde, wie er dieses Spiel weggeschenkt hat. Das macht mich einfach so traurig und sauer, da das Pokalfinale dieses Jahr tatsächlich möglich gewesen wäre. Ich werde, denke ich, ewig brauchen, um darüber hinwegzukommen. Ja, ich würde sowas trotzdem nicht an einem Spiel wettmachen. Ich verstehe, was du meinst. Es geht ja da um die Herangehensweise. Aber es kann ja wirklich sein, dass die da auch alle krank waren usw. Trotzdem fand ich die Spielweise auch inakzeptabel. Aber das kann auch... Bei einem Spiel kann so viel dazukommen, wirklich eine Blockade der Spieler im Kopf wegen dieser Chance oder was weiß ich. Anhand eines Spiels mache ich es nicht fest. Aber die Entwicklung, die wir jetzt nehmen, spielerisch, die ich nicht sehe, die Weiterentwicklung. Ich verstehe auch nicht, dass dann Leute immer so sauer werden, wenn ich da Kritik gegenüber Dardai äußere. Ist ja okay, dann sehe ich es anders. Aber es ist ja wohl nicht von der Hand zu weisen, dass wir uns spielerisch nicht weiterentwickeln. Also das ist doch... Gibt es da irgendwas, was dagegen spricht? Paul schreibt oder dass er bei Hertha keinen Weg sieht mit Paar als Trainer und mit dem hinten reinstellen. Da hilft er mit seinen Fähigkeiten ja nicht weiter. Er braucht eine Ballbesitzmannschaft. Meinst du jetzt Benze oder Ibo oder beide? Oh, ich muss mich erst mal bedanken. Goldmann ist am Start. Danke für dein Stufe 1 Abo. 29 Monate schon am Start. Vielen, vielen Dank, mein lieber Goldmann, für deinen treuen Support immer. Limette Minze, danke für dein Stufe 1 Abo. 26 Monate am Start. Willkommen zurück. Endlich wieder Streams. Hau, he. Alter Jet-Setter. Malou, danke für dein Prime-Abo. 20 Monate am Start. Und Laika Virgil, danke für dein Prime-Abo. 17 Monate am Start. Ich küsse dein Herz. Willkommen zurück. Danke dir, mein Lieber. Ich muss auch sagen, das hört sich jetzt wieder an wie so ein Streamer, der einfach nur sich bei seinen Zuschauern einschleimen will. Aber ich schwöre euch, das habe ich ein bisschen vermisst. So dieses Stream mit euch zu kommunizieren. Es war auch schön. Ich bin ehrlich, es war auch schön. Vor allem nach diesem Dreckspiel gegen St. Pauli, verliert 2-0, alles gut. Aber wie in einem Trainingstestspiel völlig unterlegen, ohne Torschuss, ohne irgendeine Art von Plan zu haben, wie man nach vorne spielen will, zu verlieren. Ich schwöre euch, es tat mir gut, dass ich im Urlaub war, dass ich abgelenkt war, dass ich danach nicht den ganzen Tag darüber geredet habe oder in Instagram reingegangen bin, mir alle mit euch kommuniziert habe oder mir Kommentare durchgelesen habe von meinem Video, was ich hochgeladen habe. Es tat einfach mal gut. Komm, genieß den Tag und konzentrier dich nicht drauf. Trotzdem freue ich mich. Manchmal hat es mir letzte Woche schon so einen Finger an mir geguckt. Da dachte ich, ja, gehe ich mal kurz live. Aber man will ja dann auch den Urlaub mit seiner Verlobten genießen. Ja, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, es ist schön, wieder zu streamen und wieder mit euch zu kommunizieren und sich auszutauschen. Mit Blick auf Gottschalk wäre es auch wichtig, wenn der so weitermacht, sollte der ja auch einen ordentlichen Betrag einbringen. Genau. Gottschalk hat auch schon, glaube ich, einen längerfristigen Vertrag. Den haben wir Ende letzten Jahres, glaube ich, verlängert. Oder letztes Kalenderjahr auf jeden Fall. Ganz herzlich, dein Michael P-Punkt. Wolfsburg hat ja nicht mal mehr eine zweite Mannschaft, spielt dann höchstens noch U19. Ja, eben. Ich kann wirklich nur fünf, sechs Spiele aufzählen, in denen wir wirklich richtig spielerisch überzeugt haben diese Saison. Also mir würde es schon schwerfallen, von spielerisch, okay, das ist eine Philosophiefrage, verstehe ich, aber mir würde es schon schwerfallen, von fünf bis sechs Spielen zu sprechen, wo wir spielerisch überzeugt haben. Nicht reagierend. Das ist für mich nicht spielerisch überzeugend. Das ist auch gut. Das musst du auch können. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, aber das kann nicht das Einzige sein, wenn du aufsteigen willst. Und da ist der Mannschaft Besetzungen an die Hand zu geben, wie man sich bewegt, Laufwege, Raumbesetzung, Dynamiken, Zonenbesetzung, auch zweite Bälle. Welches Tor war das? Das ist 0-2. Wie viele Tore haben wir schon bekommen durch den zweiten Ball, weil da niemand jemals von uns steht? Ich verstehe das gar nicht. Wieso brauchen wir immer so eine Überzahl in der Box im 16er und haben dann immer beim Nachschuss, beim zweiten Ball da niemanden positioniert? Ich verstehe es wirklich nicht. Es war ja auch was, was Union richtig krass gemacht hat in der Zeit, wo die richtig krass gespielt haben, dass sie selber eine richtig krasse Besetzung der zweiten Bälle, der Räume da hatten. Thomas, sagst du, wenn du in der Spieltags-PK am Donnerstag hörst, dass beide Mannschaften nicht den Ball haben wollen und es ein typisches Unentschieden-Spiel wird wie gegen Braunschweig, dann sage ich, das ist das, was ich erwartet habe in der Pressekonferenz. Ja, das macht da vielleicht. Das ist wirklich der Dardai-Kreislauf. Dardai kommt und stabilisiert die Truppe. Unerträglicher Dardai-Fußball muss gehen, wird noch beschissener wieder von vorne. Aber nochmal, wenn ein neuer Trainer kommt, dann müssen wir halt auch mal, meinetwegen auch mal Geld in die Hand nehmen, um einen Wunschtrainer zu holen. Ja, und dann nicht wieder so eine, naja, vielleicht Lösung holen. Das waren ja auch keine Ersatzlösungen aus meiner Sicht. Ich war auch nie der größte Fan vorher von Sandro Schwarz, habe ich ja immer gesagt. Und selbst wenn der Trainer dann nicht klappt, dann musst du halt die Reißleine ziehen und wieder einen neuen holen. Aber ich glaube weiterhin, dass wenn wir nächstes, ach egal, es endet wieder nur da drin, dass alle sagen, ich bashe ihn, ich habe darauf auch keinen Bock. Ich will keinen bashen, aber ihr wisst ja meine Meinung dazu. Marv BLM, danke für dein Prime-Abo, zwei Monate am Start. Wie so ein Spiel, jedes Spiel ist aktuell so. Ich mag Dardai, aber er zeigt null System. Nach der Saison brauchen wir eine andere Lösung. Dass Dardai als kleiner Trainer und Herthana Berliner Westender allen seinen Posten räumt, ist doch logisch. Ich weiß nicht, ob er das selber macht, aber vielleicht wird es nach außen dann so gesagt. Ich komme gar nicht hinterher. Wie lange fliegt man nach Magdeburg? Ganz herzlich dein Michael P-Punkt. Ohne Zeitverschiebung. Es ist aber alles andere gut besetzt. Ganz herzlich dein Michael P-Punkt. Es ist wirklich nur der Trainer und das ist das, was schmerzt. Ich weiß nicht, ob es der Trainer ist oder die Co-Trainer oder alles zusammen, aber es ist nicht ausreichend, sagen wir es mal so. Dennis, die geile Sau, schreibt, Oliver Reis kostet halt nichts. Ich würde ihm ja gerne die Chance geben. Ich wollte ihm ja letztes Jahr eigentlich schon die Chance geben. Ich müsste mal zurückgucken. Ich glaube, ich habe sogar in meinem Video gesagt, dass der eigentlich mein Wunschtrainer für den Neuaufbau war. Das Problem ist, jetzt hast du halt, wenn er jetzt Trainer werden würde, hat er schon viel, viel mehr Druck, als wenn er das letztes Jahr geworden wäre. Weil er hätte dieses ganze Jahr, wo man wirklich hätte sagen können, Übergangsjahr, wo vielleicht vieles auch nicht klappt, aber wo du Ansätze siehst, jetzt im zweiten Jahr kannst du dir das ja fast gar nicht mehr erlauben, wirtschaftlich gesehen. David, The Lost Pirate. Herzlich willkommen hier und danke für dein Prime-Abo. Vielen, vielen Dank für den Support. Und Uwe Hertha, mein Uwe. Der Uwe ist so ein Ehrenmann. Danke für dein Stufe-1-Abo. 26 Monate am Start. Welcome back in Berlin. Ich hatte ja so krasse Kreditkartenprobleme und dann hatte das Uwe in dem Stream dann, in dem Video gesehen, was ich gemacht habe, hat mir direkt geschrieben, hier kannst du dich jederzeit bei mir melden, wenn irgendwas ist, weil er ja ausgewandert ist. Richtig, richtig lieb. Nächstes Mal kriegen wir es auch hin, das war uns vor Ort treffen, sicherlich. Aber ich werde nicht das letzte Mal da gewesen sein. Also vielen, vielen Dank da nochmal und danke auch für dein Stufe-1-Abo. 26 Monate am Start. Ich hätte am liebsten Quasenjog oder Walter. Ich hätte am liebsten Quasenjog, wenn ich mir jetzt einen aussuchen könnte. Oder Reis. Leute gegen Schalke, am Sonntag wird das schon. Lass uns nicht stärker reden, als zwei Enttäuschungen, eigentlich drei in Folge. Ist mal wieder hoffentlich. Ich glaube auch, dass wir gewinnen können am Wochenende. Dann sieht es vielleicht sogar punktemäßig gar nicht schlecht aus. Aber das wird wahrscheinlich, außer ich sehe jetzt das beste Spiel der Saison, spielerisch gesehen, nicht so viel an meiner Meinung ändern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir am Wochenende gewinnen. Das sind ja nicht unschlagbar. Bei aller Liebe, nur weil die jetzt Erfolgserlebnisse hatten, die Gersenkirchener. Einfach mal einen Trainer holen, der in unteren Ligen performt und ein System entwickelt hat. Nicht nur gescheiterte, Bundesliga-Trainer recyceln. Danke. Das war doch das, das ist doch, das ist aber ein Hauptproblem in der Fußballbranche. Wieso? Das ist doch in der normalen Wirtschaft oder keine Ahnung wo auch nicht so. Also wieso werden immer Leute wieder eingestellt, die nachweislich woanders gescheitert sind? Klar, Fußball ist nochmal ein bisschen ein anderes Geschäft. Da nutzt sich auch gewisse Sachen ab nach einer Zeit. Aber das ist ja auch bei Managern so im Fußball. Ja, keine Ahnung. Irgendwann ist es dann auch immer vorbei, wie bei Doll, Korkut oder Fronzek oder so, Holger Fach. Aber die kriegen immer etliche Chancen nochmal. Dann spricht man immer von Erfahrung. Ich bin da auch eher für einen frischen, neuen Ansatz. Tipps für New York unfassbar viele, Alter. Tim Walter, Fußball bei Hertha wäre wunderbar, schreibt Goldmann. Das Spielermaterial haben wir dafür. Ich glaube auch, dass wir, ich glaube, dass Tim Walter manchmal auch zu schlecht gesehen wird von vielen. Man sieht ja jetzt auch, dass auch ein Steffen Baumgart, auch das hatte ich ja anders eingeschätzt, wo ich falsch lag. Ich dachte ja, die marschieren jetzt mit ihm durch. Man sieht ja, dass auch ein Baumgart jetzt weiterhin erstmal Probleme hat mit der Mannschaft, die ich immer für so den besten Kader der Liga halte. Aber die haben halt eklatante Schwächen in der Abwehr zum einen und anscheinend auch mental und von der Motivation her. Der Spielstil von Tim Walter, ich mochte den. Der stand für was, was ich persönlich mochte, aber das ist ja Geschmackssache. Björn in Zapp schreibt, ich erwarte die Saison nichts mehr und hoffe auf Platz 10. Danach muss ich aber alles im Trainerstab ändern. Schön, dass du wieder da bist. Spiel in Hamburg gegen St. Pauli hat alle Probleme offenbart beziehungsweise offengelegt, finde ich auch. Kann Hürzeler charakterlich nicht besonders leiden, aber zu sehen, was der mit einer Mannschaft machen kann, war schon beeindruckend. Oder quasi New York Tune, einfach mal jemanden mit einem spielerischen Ansatz. Überlegt euch mal, wo St. Pauli herkam, als Hürzeler kam und wie schnell das ging. Das muss auch nicht immer so klappen, aber da, er kannte ja die Mannschaft auch schon als Co-Trainer. Er übernimmt, die waren auf dem Abstiegsplatz und dann 10 Siege in Folge. Oh, das würde mich mal interessieren, eure Meinung dazu. Wie hat euch denn, haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, weil ich kein Video gemacht habe, wie hat euch denn Gersbeck gefallen? Gut, der hat ja jetzt auch den Fehler gemacht. Was sagt ihr? Gersbeck ins Tor oder Tiag Ernst nächste Saison? Ist jetzt auch fies, weil Gersbeck hat ja auch keine Spielpraxis. So ehrlich muss man auch sein, er hat ja nur dieses Spiel in Kaiserslautern. Aber ich gehe da wirklich weiterhin mit Tiag Ernst, auch wenn Dennis mir immer sagt, dass im Training Gersbeck so viel, viel besser ist, auch bei den Distanzschüssen und so. Ich sehe bei Tiag erstens das Entwicklungspotenzial, auch da eine Weiterverkaufsmöglichkeit. Aber ich finde ihn auch fußballerisch einfach deutlich besser. Also Tiag. Ernst, 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 Ernst. Ist hier auch jemand, der Gersbeck reinmachen würde? Aber Gersbeck hat ja nur gespielt, weil Tiag sich verletzt hat, oder? Ernst, die Eins, keine Frage. Ernst, Ernst. Ich habe jetzt nur mal gefragt, weil ich von vielen von euch ja auch schon Kritik an Tiag Ernst gelesen habe in den letzten Wochen. Also bevor Marius die Spielzeit bekommen hat, habe ich ja öfter mal auch Kritik an Tiag Ernst gelesen. Er ist aber auch ein junger Keeper einfach. Klar, Distanzschüsse kann man ihn ja auch kritisieren für teilweise. Aber deswegen hat mich das einfach mal interessiert, weil ich bin schon davon ausgegangen, dass im neuen Jahr das wieder von Null startet. Aber ihr sagt jetzt alle, gut, das ist jetzt vielleicht auch der falsche Zeitpunkt, wo ich das gefragt habe. Nach dem Spiel, wo er nicht sonderlich gut aussah. Aber da seid ihr euch zumindest im Chat hier einig und sagt alle, Tiag, ich würde auch mit Tiag gehen. Ich finde ihn fußballerisch viel besser und ich finde, da ist sogar noch mehr Potenzial, wenn wir im Spielaufbau noch ein bisschen zulegen, was die Dynamik angeht von den Spielern, die sich freilaufen müssen, so wie bei St. Pauli. Die Spieler, die sich freilaufen müssen, aus dem Deck und dem Schatten raus, ich glaube, dann kann Tiag Ernst davon auch nochmal profitieren, fußballerisch gesehen. Goldmann würde, findet, würde Gersbeck sogar verkaufen. Das würde ich jetzt nicht machen, glaube ich. Ich würde ihm, also ich weiß jetzt nicht, was er für ein Gehalt hat. Aber so ein zweiter Keeper, gut. Wie gesagt, das ist auch nur ein Mensch, ich weiß nicht, der hat auch überhaupt keine Spielpraxis. Da muss man auch fair sein, als Keeper ist es dann auch schwer reinzukommen und dann direkt zu performen. Da ist entscheidend manchmal Einzelsituationen drüber, aber von den Anlagen finde ich halt Ernst am Fuß einfach besser. Nächstes Jahr wird ja wohl Quasigroch verliehen werden, der hat ja verlängert und soll verliehen, nee, Tim Goller und Quasigroch haben beide verlängert. Quasigroch soll verliehen werden und dann soll ja der Staff sein, das Line-Up, wie der Franzose sagt, auf der Torwartposition, die drei Keeper, mit denen wir reingehen wollen, Thiag, Marius Gersbeck und Tim Goller. Gersbeck hat am Freitag sogar noch für die U23 gespielt, siehst du, das muss man auch noch mit berücksichtigen. Also ich bin jetzt fern davon, Gersbeck hier schlecht zu reden, der hat in der Vergangenheit, allein die Saison davor bei Karlsruhe gezeigt, dass er einer der besten Zweitliga-Keeper war, ja, also nicht unbegründet, also da muss man auch, finde ich, fair bleiben, aber trotzdem wäre meine Aussage bei Thiag. Was mich sauer gemacht hat, war, als die IV-Spielaufbau angeboten hat und Gersbeck die weggeschickt hat, um einen langen Ball zu schlagen, weil das ist ja auch eigentlich gar nicht mehr unser Ansatz, ne? Leissner ist zu unsicher und zu langsam und Rehse mehr Kapitän als er, Leissner auf die Bank. Ich muss sagen, mir hat ehrlich gesagt der Spielaufbau, auch wenn es nur einzelne Sequenzen waren und wir trotzdem nicht zu Torchancen kamen, mit Marton in der zweiten Halbzeit in der Innenverteidigung gleich besser gefallen. Klar, St. Pauli ist dann auch nur noch situativ in dieses Pressing gegangen, nicht mehr so wie in der ersten Halbzeit, aber trotzdem hat mir der Spielaufbau besser gefallen. Darmstadt-Fürth-Heidenheim-Kiel-Sankt-Pauli haben jahrelang aufgebaut vor Aufstieg. Ja, die haben auch Spieler verloren, aber hatten einen langen Atem. Ja, aber Darmstadt-Fürth-Heidenheim-Kiel-Sankt-Pauli haben ja gar nicht die Mittel, die wir haben. Also wir haben ja auch einen sehr teuren Kader, ne? Nimm mal diese, diese, nimm mal Kempf, wen haben wir da? Kempf, Kenny, Seevolk, haben wir noch irgendwen, der viel verdient? Nimm die mal weg. Trotzdem werden wir noch von den Gehältern Minimum-Top-Fünf-Kader, wenn nicht wahrscheinlich sogar trotzdem Top-Drei-Kader haben. Klar, dann muss man am Ende auch eine Analyse stellen, verdienen die zu viel? Sind die gar nicht so gut, wie man das denkt oder wie ich das immer denke? Im Einzelnen und auch im Verbund. Aber das ist ja schon eine andere finanzielle Ausgangslage bei uns als bei den anderen, die gerade genannt wurden. Rechts vorne fehlt die Durchschlagskraft, im Mittelfeld ein Strippenzieher, der den letzten Pass spielen kann und Standards noch besser drauf hat. Du hast auch recht, dass zweite Bälle überhaupt nicht erobert wurden. Dazu muss, dass mittlerweile das bestimmt vierte oder fünfte Tor durch abgefältsche Bälle kassiert wurde. Nur weil man nicht nach vorne verteidigt und sich alle im eigenen Strafraum versammeln, habe leider eben zu früh versandt. Gehe ich bei allem mit, aber ich glaube nicht mal, also ja, ich glaube auch, rechter Flügel ist eine Schwachstellenposition. Zehner sehe ich gar nicht mehr so als Schwachstellenposition, da haben wir jetzt die Option. Für mich ist es wirklich, ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die im eigenen Ballbesitz, also wenn jetzt ein Spieler, sagen wir mal, Leisner hat den Ball oder ist ja egal, Gechter oder hat Jagd Ernst im Aufbau, die so statisch in ihren Positionen steht. Das ist ja wirklich das komplette Gegenteil von St. Pauli. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, ohne jetzt ihn immer so hochreden zu wollen, aber Pascal Clemens sah bei manchen Situationen richtig schlecht aus im Spielaufbau. Aber warum? Weil es einfach, also erstmal, weil es St. Pauli unfassbar gut macht, wie die anlaufen und die Räume belaufen. Das ist super abgestimmt. Aber auch, weil es keiner bei uns schafft oder weil wir dafür gar keine Ideen haben, wie man sich von Gegenspielern löst, wo man raus, also wo man Spieler rauszieht, wo man Lücken erzeugt, wo man dafür dann wieder in diese Lücken reingeht, um Anspielstationen zu bilden. Was will ich damit sagen? Ja, rechts ist nicht super besetzt, der Flügel, aber ich glaube, selbst der könnte besser performen, wenn wir mehr Dynamik im Allgemeinen hätten. Also ich wirklich, ich bin ja auch kein Fachmann. Dann müsste er Benni Grundfragen oder ein Profitrainer. Dein Michael. Aber für mich als Fan sieht das sowas von statisch aus im eigenen Ballbesitz und ich glaube, da machst du es dir selber dann immer schwerer, als es sein muss. Veresk, danke für dein Prime-Abo, 26 Monate am Start. Hauhe, auf Saarbrücken hätte auch Hertha warten können. Das stimmt. Ganz übles Spiel von Leisner hat auch Karbovnik andauernd in Bedrängnis gebracht. Der war auch nicht souverän. Karbovnik war auch wirklich schwach. Also super, Dani schreibt, ich kann es jetzt nicht prüfen, ob das stimmt. Wir haben im ersten Halbjahr 23 Millionen für Personal ausgegeben. Der HSV hatte letztes Jahr 20 Millionen in der gesamten Saison und war damit Nummer 1 bei den Kosten. Vielleicht zählen da auch noch ein paar Leihspieler mit rein. Mau Lida war ja im ersten Halbjahr auch noch da. Serdar, ich weiß nicht, ob man da Gehaltsteile Teile von übernimmt. Das darf man nicht vergessen. Das wird alles weniger. Auch wenn Spieler wie Kempf oder so gehen sollten, wird das weniger. Aber ja, also das ist schon eine Ausgangslage von wo einfach mehr rauskommen muss. Können wir gerne mal über Karbovnik sprechen. Vorstöße, schön und gut. Aber der hat sich grausige Abspielfehler mit drin. Auch vor dem 2-0 dazu kommt er ins letzte Drittel. Aber dort ja, muss ich sagen, ich verteidige ihn ja immer. Ich halte viel von ihm weiterhin. Ich halte sehr, sehr viel von Karbovnik. Aber die letzten Leistungen waren wirklich überschaubar und das letzte Spiel gegen St. Pauli war leider unterirdisch von ihm. Ich finde auch da, wie bei so vielen Spielern bei uns, dass er auch in viele Situationen gebracht wird durch unser System. Wie eben schon angesprochen, weil wir keinerlei Dynamik haben. aber unabhängig davon macht er auch zu viele Fehler. Aber vielleicht ist das auch so eine Sache, die ja auch psychologisch bedingt ist. Das habe ich auch schon oft gesagt, bei Stuttgart als Beispiel, wo jetzt alles läuft, da vertraust du auf deine Stärken. Du hast Lösungen. Selbst wenn es mal nicht läuft, du hast das Selbstbewusstsein. Da klappt dann alles. Bei uns ist irgendwie so ein bisschen Negativspirale, habe ich das Gefühl. Dadurch, dass wir häufig keine Lösung haben mit dem Ball, außer dem Ball Fabi Reese zu geben und der rennt durch, wirst du unsicherer und machst dann auch in vermeintlichen Situationen, wo du es besser machen müsstest, dann auch Fehler. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich wollte mir mal noch, das habe ich nämlich noch nicht gemacht, die Noten angucken von unserer, von Kicker, was die uns so bewertet haben. Also, Gersbeck 3,5, okay. Finde ich beachtlich. Karbovnik 4,5, Leisner 4,5, Leisner und Gersbeck hätte ich schlechter gesehen, vor allem, wenn ich die anderen Noten im Verhältnis sehe. Gechter 3,5, Kenny 4, Barkok 4, Clemens 4,5, Reese 4, Winkler 5, Dardai 4,5 und Tabakovic 5. Also Tabakovic 5 finde ich ehrlich gesagt fies. Was soll er denn da machen? Also nicht, dass er jetzt ein geiles Spiel gemacht hat, aber dass er mit Winkler der schlechteste war auf dem Feld, finde ich dann schon ein bisschen Hardcore, aber okay. Marton hat eine 3, Schernd hat eine 3 und Maser hat eine 4. Okay. Moin zusammen, Grüße aus Hamburg, Hertha hat eine stabile Fanszene. Danke dir, mein Lieber. 2-0 geht auf Karbovnik, das ist ein Anscheißerball, den er spielt. Ja, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht Karbovnik da freisprechen, der leistet viel zu wenig, weil der wird auch nicht billig sein. Für den haben wir auch eine ordentliche Ablöse bezahlt, der muss mehr liefern. Glaube aber, dass gewisse Dinge eben dazu führen, dass er nicht liefert, aber trotzdem spricht ihn das nicht frei, der darf so eine Fehler nicht machen. Karbovnik, Rechtsverteidiger und Jerry Linksverteidiger, die sein Wörted Fullback ist wohl die innovative Meisterleistung von Paul, harmoniert aber nicht mit Rehse. und es ist schwer Kenny rauszunehmen, wobei der auch abgebaut hat, der war so stark am Ende der Rückrunde, bewegt sich ja auch keiner außer der Ball kommt mal in den eigenen Aktionsradius, der Mitball ist bei uns immer die ganze Saison, genau, so kommt es mir immer, wenn ich härter gucke, vor. So kommt es mir immer vor und dann entstehen da voll oft Fehler, wo ich sage, der Fehler darf ihm nicht passieren, aber irgendwie ist er auch allein gelassen. Das System erzwingt bei allen Spielern Fehler, Rehse spielt auch nicht wirklich gut, im Moment nicht, aber was soll er auch machen? Er kriegt den Ball und dann rennt man durch, das erinnert mich voll an Luke Bakio unter Sandro Schwarz und wir haben, was man ja auch nicht vergessen darf, du hast ja auch immer einen Gegner, du hast ja einen Gegner und es ist immer so einfach gesagt, du musst das machen, du musst das machen, ja, der Gegner weiß das natürlich auch zu verhindern und gerade mit St. Pauli, das ist, mit denen können wir uns nicht messen dieses Jahr. Das kann man ja schon mal sagen, aber ich glaube, dass die Gegner halt auch genau um diese Schwächen von Hertha wissen, die wissen genau, welche Zonen müssen wir denn anlaufen, damit die im Spielaufbau Probleme bekommen, weil die sind sehr statisch, was müssen wir machen, um die richtig unter Probleme zu stellen, also das analysiert ja einen Gegner dann auch, dann wird es halt immer schwieriger, umso länger das so läuft. Winkler ist fast immer am schlechtesten bewertet, aber auch zu Recht, aber egal, welcher Spieler da steht, mit dem System bringt auch kein Messi was. Ja, ich meine, ich glaube schon, dass wir da auch von der Qualität noch was verbessern können im Sommer auf der Position, aber ich glaube auch, dass wenn du, ey, jetzt wollte ich, die eine Sache will ich noch sagen, bevor ich es wieder vergesse, habt ihr die Pressekonferenz nach dem Spiel gehört? Sinngemäß, Fabi Hürzler meinte, wir haben ja den Ansatz, Fußball zu spielen, immer Fußball zu spielen, den Ball zu haben und den Ball laufen zu lassen, so sinngemäß. Das ist der Fußball, mit dem du Spieler entwickeln kannst, sonst kannst du Spieler nur mit Bällen nach vorne kloppen, kannst du Spieler nicht weiterentwickeln. Ich sage nicht, dass wir Bälle nur nach vorne kloppen, wir haben auch Ansätze im Spielaufbau schon gesehen, zum Beispiel gegen Magdeburg oder so, in der ersten Halbzeit. Aber das ist doch genau das, was mich so stört an der Spielweise. So wirst du die Spieler nicht weiterentwickeln, so bringst du die nicht auf das nächste Niveau, so wie es bei St. Pauli in der zweiten Liga der Fall ist. Meinetwegen auch bei Paderborn, so wie es bei Stuttgart in der ersten Liga der Fall ist. Das war eine Aussage, die war für mich, eigentlich hat das genau meine Meinung bestätigt, dass du mit so einer Spielweise, und das wissen doch auch die Spieler und dann fragen sie sich doch auch, ist das der perfekte Ort, um mich weiterzuentwickeln? Dennis, du geile Sau, danke für 100 Bits. Kenny, fünfte, gelbe, ach, die fünfte, oh, okay, na dann kann er ja, könnte er ja eigentlich so spielen. Ähm, stell Hertha vorne zu und die Messe ist gelesen, ja, leider ist es so. Außer gegen Magdeburg, da haben wir wirklich mal spielerische Lösungen gefunden, das überspielt, und dann hatten wir Platz, das kam uns voll entgegen. Stell dir vor, Schalke, ja, Schalke zeigt, wie man gegen Pauli gewinnen kann, und Paul so, nö, wir machen das, ja gut, aber da muss ich, muss ich Paul schon ein bisschen Recht geben, also die Art und Weise, wie sie gewonnen haben, war auch, ja, gut, aber es ist auch, ich würde mich jetzt aber trotzdem ungerne generell an Schalke orientieren, irgendwie, aber, ja, die haben halt Mann gegen Mann gespielt, waren intensiv in den Zweikämpfen, haben denen den Zahn gezogen und dann auch ein bisschen Glück bei den Abschlüssen gehabt. Ey, Paul, sehe ich absolut genauso. Auch da hast du recht, mit der sportischen Spielanlage, bei Pauli wollte jeder den Ball haben und konnte damit auch was anfangen, Handlungsschnelligkeit, ähnlich wie bei Bayern, natürlich auf einem anderen Niveau, Hertha braucht auch schnelle, wendige Spieler am Sturm, so wie bei Pauli vorne, Saad, selbst Magdeburg hat da interessante Jungs. Ich glaube, wir haben schon ein paar Jungs dafür, auch für dieses Spielsystem, aber du brauchst, ähm, ja, du brauchst halt, dann auch die Idee, wie das umgesetzt werden soll. dein Michael, P-Punkt. Hey, 1892, danke für dein Prime-Abo, 26 Monate am Start. Hey ho Tom, ich habe heute mit großer Freude deine New York City Videos gesehen, irgendwie hat man dadurch nochmal auf eine andere Art gemerkt, wie sehr du unsere Härte am Herzen trägst. Bleib so, wie du bist und Taui, danke für deine netten Worte, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Das stimmt, wir waren auch in Wiesbaden, die spielerisch schlechtere Mannschaft. Mit deiner destruktiven Spielweise wirst du maximal über eine Relegation weiterkommen. Das Ding ist halt, ich verstehe nicht, warum manche Leute sich immer so angegriffen davon fühlen, wenn man sowas sagt. Also ich würde gerne mal wirklich, also sind hier ein paar Leute, die sagen, nee, ihr seht das alles falsch. Uwe zum Beispiel ist doch glaube ich auch dafür, dass man sagt, wir sind zu ungeduldig. Ist ja okay, wir wollen ja diskutieren, wir wollen ja nicht nur eine Meinung oder auf einen irgendwie draufhauen. Aber was sind jetzt wirklich die Argumente, warum der Ansatz, den wir wählen, der richtige ist? Oder wie sich das wirklich weiterentwickeln soll im nächsten Jahr? Oder wenn da mehr Zeit ins Land geht? was sind die, ja wie soll ich das sagen, was sind die Sachen, woran man sich da vielleicht festhalten kann oder hochziehen kann, dass wir das zu negativ sehen? Würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, Pahl macht die Saison auf jeden Fall zu Ende. Es ist halt auch eine Frage, ich finde es ja gut, dass Pahl Dardai mittlerweile so ist, dass er in der Halbzeitpause reagiert. Das zeigt ja auch gut, wir wollen jetzt was anpassen, wir wollen was ändern, wobei er ja auch meinte, er hat ihnen gar nicht viel mitgegeben, er wollte einfach nur was ändern, weil die nicht wach waren. Irgendwann muss man halt auch fragen, wenn man jetzt so oft so viel ändern muss in der Halbzeit, wieso klappt es denn in der ersten Halbzeit nicht? Die Frage hatte schon vor zwei Wochen mal irgendein Journalist gestellt. Ich habe irgendwie Angst, dass wir hier nochmal hinten reinrutschen, die Punkten auf einmal alle da unten, ja selbst Rostock, wa? Weg bringt alles im Hauptstadt-Podcast auf den Punkt, habe das noch nie gesehen, gehört, aber gestern schon und das war echt Nagel auf den Kopf. Wollen wir uns das morgen mal angucken im Stream, wenn ihr Lust habt? Auch wenn die immer sehr populistisch teilweise rangehen. Was heißt ungeduldig? Es ist bald die Saison vorbei und es ist nicht viel besser geworden. Naja, im Vergleich zu vorher, im Vergleich zu vorher, wenn wir uns am Anfang der Saison zurückerinnern, ist es schon einiges besser geworden. Aber seitdem ist es dann irgendwie, sagen wir mal so, seit Oktober ist doch irgendwie Stillstand, oder? In der Entwicklung. Es wird sich weiterentwickeln, wenn Paar und Benni noch zwei Transferphasen bekommen. Weil, also dann meinst du, Klaas, es liegt wirklich nur am Spielermaterial, dass wir nicht mithalten können, spielerisch. Ist das nicht verschwendete Zeit, falls man intern gegebenenfalls schon entschieden hat, dass Paar nach der Saison geht, noch bis Saisonende festhalten? Das wäre die nächste Frage. Ich glaube nicht, dass man sich da schon fest entschlossen hat. Aber es ist ja auch immer eine Frage, wie kommuniziert man sowas? Wir sehen ja schon, ich sehe das ja schon in den Videos, wenn ich über Paar rede und meine Meinung sage, wie viele Dislikes kommen, wie viele Leute da wirklich sauer sind, die sagen, du hast keine Ahnung und so weiter. Das ist ja schon fast ein Politikum, darüber zu sprechen, wenn man ihn kritisiert oder unsere Spielweise kritisiert. Und das spielt wahrscheinlich in solche Entscheidungen auch mit rein, auch wenn du natürlich, wenn man davon überzeugt ist, mit jemand anders weitermachen zu wollen, im nächsten Jahr recht hast, wieso verschwendet man dann Zeit? Tim Kämpfer schreibt, ich finde, wir haben seit Dezember spielerisch wieder einen Rückschritt sogar gemacht. Individuell sollten, ich bin bei Klaas. Also ja, noch reicht es nicht, am Ende werden wir halt auf sieben oder acht landen, damit hatte ich auch gerechnet. Aber glaubst du, wir spielen dann auch anderen Fußball, nur weil wir jetzt nochmal drei, vier Spieler holen und vielleicht drei, vier abgeben, dass wir dann völlig anderen Fußball spielen? Ich meine, Uwe hat ja vorhin das Argument gebracht mit St. Pauli, oder Kiel oder so. St. Pauli hat sogar mit Hauke Wahl und noch wem, die haben ja auch krasse Spieler sogar verloren. Kiel hat richtig krasse Spieler verloren und die haben sich verbessert. Die haben sich aber eher verbessert, weil das Spielsystem sich immer besser eingespielt hat. Ich bin halt, ja gut, das ist halt eine Philosophiefrage, ich glaube halt einfach nicht an dieses System immer nur zu reagieren. Wahrscheinlich wäre das bei mir auch völlig anders, wir könnten auch auf Platz 11 stehen, wir könnten immer wieder diese Rückschläge erleiden, wir könnten auch gegen St. Pauli 2-0 verlieren, aber wenn ich die Ansätze sehen würde, dass da bloß immer noch das letzte bisschen fehlt oder die Qualität, für mich wirkt es aber immer so, als ob nicht das letzte bisschen fehlt, sondern als ob wir generell chancenlos in einigen Spielen sind, von der gesamten Anlage her. Für mich kam der Bruch mit Kais Tod, das hat natürlich sicherlich auch eine Rolle gespielt. Wobei ich sagen muss, ich war ja der Meinung, im Winter, also so Dezember, habe ich ja aus meiner Sicht gesagt, wir sind auf einem guten Weg, aber das und das und das muss noch besser werden, wir müssen noch aktiver werden, wir dürfen nicht nur reagieren, aber ich bin davon ausgegangen, das kommt noch. Ich habe dann eher vielleicht auch durch den Toten Rückschritt gesehen, aber ich sehe ja auch nicht, dass da irgendwelche neuen Aspekte mit dazukommen, außer ganz selten mal so wie gegen Magdeburg in den ersten 20 Minuten. Minuten. Ich glaube auch weiterhin, dass Dardai im Abstiegskampf in der ersten Liga uns immer noch weiterhelfen kann, wenn man da mal wieder landet, bin ich weiterhin der Meinung. Wieso erinnern sich die wenigsten daran, dass unser Plan war, die Saison sich die Mannschaft finden und lassen und ab nächster Saison anzugreifen, ich würde auch lieber heute als morgen aufsteigen, aber so steigen wir auch gleich wieder ab, gebt Pahler auch einfach mal. Ja, das ist immer das Problem, ich finde, da reden wir aneinander vorbei. Ich sage doch nicht, dass wir dieses Jahr aufsteigen müssen. Ich sage einfach, dass dieser Fußball, dieser krass statische, unkontrolliert, also wir haben noch nie die Spielkontrolle oder ganz, ganz selten die Spielkontrolle, sagen wir es so, dieser Fußball, wo du sehr selten die Spielkontrolle hast und auf Fehler wartest, da sage ich, wenn das nach einem Jahr immer noch unser Hauptding ist und individuelle Qualität, dass sich das nicht verbessern wird. Ich sage ja nicht, dass es mir darum geht, dass wir auf Platz 11 stehen. nochmal, das ist okay, ich würde natürlich auch lieber jetzt aufsteigen, aber das ist nicht das Ding. Deswegen bringt, hätte es ja jetzt auch nichts gebracht, wenn wir weiter oben stehen würden, weil wir mehr Punkte geholt haben, durch nur Kontersituationen. Das ist bei mir eher so ein Philosophie-Ding. Aber gut, wir wissen auch nicht, es ist auch immer alles Spekulationssache, es kann auch sein, du holst einen neuen Trainer, meinetwegen auch Olli Reis, und der kriegt das Mannschaftsgefüge nicht hin. Und dann hast du das nächste Problem, dann hast du vielleicht einen schönen Spielstil, den du durchziehen willst, aber die Mannschaft ist nicht motiviert, die reißen sich nicht den Arsch auf, sind unzufrieden oder was weiß ich, das kann er, Pal. Dann hast du vielleicht wieder das nächste, es ist einfach ein schwieriges Thema. HSV-Bernier hat heute nach ewigen Zeiten mal wieder ein Video gemacht und er trauert weiter nach. Echt? War er ein weiter Befürworter? Müssen wir mal, müssen wir uns eigentlich morgen mal reinziehen, oder? Das Video. Ich glaube, falls Masa und Benze nicht, äh, verletzt gewesen wären, ginge es besser. Aber die sind ja jetzt nicht mehr verletzt, jetzt haben wir ja eigentlich alle da. Wir haben ja noch, wie viele Spiele haben wir jetzt noch? Neun? Vielleicht sehen wir ja auch noch eine Entwicklung. Boah, aber Coach Schinski weiß ich jetzt auch nicht, ob das ein Trainer ist, mit dem man aufsteigt. Schlimm ist, dass Hertha nächste Saison wegen der Verbindlichkeiten aufsteigen muss. Wie Hertha mit Druck umgehen kann, haben wir nicht erst gegen Lautern gesehen. Ich bin gespannt, wie wir ein drittes Jahr in der zweiten Liga überleben, gar irgendwann mal Verbindlichkeiten zählen sollen. Das wird die Schwierigkeit. Wie Mette Minze schreibt, die Kritik wird einfach nicht verstanden. Fußballfans, äh, ja gut, das ist jetzt auch ein bisschen gemein. Du kannst nicht erwarten, dass jeder geistig auf der Höhe ist zu verstehen, dass sich die Kritik nicht gegen die Vereinslegende Pahl als Person richtet, sondern den spielerischen Ansatz, den er als Trainer vermittelt. Pahl ist Herr Tarner mit Leib und Seele, aber er ist halt kein guter Trainer. Oder für diese Situation kein guter Trainer. Vielleicht muss man das auch nochmal differenzieren. Es gibt sicherlich Situationen, letztes Jahr zum Beispiel, habe ich gesagt, sage ich auch weiterhin, hätten wir Pahl früher geholt, hätten wir den Nichtabstieg vielleicht noch abwenden können. Aber, ja, leider haben die Kritiker recht behalten, dass Pahl Dardai kein Trainer ist, mit dem man zumindest jetzt mal im ersten Jahr um Aufstieg spielt. Spielkontrolle mit dem Spielermaterial bei aller Liebe, welcher Spieler soll die Mannschaft denn führen und koordinieren? Wir brauchen so einen Meffat, der das Spiel leitet von hinten und strukturiert. Unser Mittelfeld ist einfach schlecht das Zweitliga-Niveau. Also, ich finde, ich, weiterhin steile These, ich glaube, Buchalakis würde sogar bei St. Pauli richtig gut funktionieren, wenn wir jetzt von dem zentralen Mittelfeld ausgehen, als Denker und Lenker. Ich weiß, es ist eine sehr, sehr steile These, aber ich glaube, der würde da richtig gut funktionieren. Was will ich damit sagen? Auch das ist für mich wieder so eine Frage, wie fängt man das im Gesamten dann auf, wenn du da Schwächen hast, da Schwächen, wie nutzt man die Stärken von den beiden Spielern? Um dem anderen Spieler Freiräume zu geben und so weiter. Ich glaube schon, dass wir mit Dudziak und Clemens zum Beispiel ein Mittelfeld haben, was sich sehen lassen könnte im Spielaufbau. Ob jetzt Barkok und Buchalakis da für die richtige Lösung sind, wage ich mal zu bezweifeln. Ich habe Angst, dass Hertha Frank-Kramer oder sowas holt. Ne, also wenn man so einen Trainer holen will, dann kannst du wirklich Dardai behalten. Dann lass es, weil dann bringst du nur Unruhe rein für jemanden, der sowieso wieder scheitert. Das war ja immer das Problem. Das habe ich auch beim letzten Mal bei Bobic. Ja, Bobic, okay, dann entlass ihn, aber dann hol doch nicht Teil von Korkut. Also, naja. So, Rob Cheng, der ist ja bekanntlicherweise kein Ertaner. Wie viel Zeit will man Pal geben, wenn man die Anleihe nächstes Jahr zurückzahlt? Ne, die werden wir nicht zurückzahlen, die wird wieder verschoben. Braucht man ja jetzt Kader und Spielidee, mit der man aufsteigen kann, aber es gehen Talente und Pal bleibt und damit sehe ich keinerlei Schritt nach vorne für die neue Saison verglichen mit der aktuellen. Das ist die Sicht eines Vortrags. Ganz herzlich, dein Michael Peeprunt. Die ich nicht abstreiten würde. Buchalakis müsste man in einem Dreier-Mittelfeld mit zwei Achtern auf die Sechs stellen. Ja. Zum Beispiel. Herr Sokrates, danke für das Stufe 1, aber auch 34 Monate am Start. Danke für den netten Kommentar vorhin unter dem Video. Mahlzeit. So, Freunde. Ich würde sagen, für den ersten Stream war das doch ganz gut. Eine Stunde 20. Lasst uns doch morgen, ich bin, glaube ich, morgen mit Flo von der Strickloge online, 19.30. Lasst uns doch danach einen Stream machen und uns unter anderem Hauptstadt-Derby-Podcast und vielleicht noch ein paar andere Videos angucken, Hertha-Talken-Neuen machen. Ich habe mich erst mal gefreut. Vielen Dank an alle, die da waren. Vielen Dank für die Unterstützung von euch wieder. Vielen Dank für die netten Worte, für die netten Kommentare. Vielen Dank für diese netten Diskussionen hier immer und ich wünsche euch eine gute Nacht und bleibt gesund. Drückt mir die Daumen, dass mein Koffer wiederkommt. Das wäre mir schon sehr, sehr wichtig und ich freue mich, dass es jetzt hier wieder losgeht. Zum Beispiel können wir den auch gucken. St. Pauli-Stadion-Vlog von Hertha, wobei mich das nur wieder deprimiert nach solchen Spielen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.